Und ein Moinsen zu den Stichpunkten im Nachgang zum Spiel bei Eintracht Frankfurt. Verdienter Punkt, weiß was. Es war ein hochverdienter Punkt, den wir in Frankfurt geholt haben. Es war nicht der befürchtete Leistungsabfall nach dem Bayern-Spiel, wo ja auch schon die Leistung okay war, bis gut war gegen die Bayern. Und ja, passt erst mal. Ein Punkt in Frankfurt nimmt man grundsätzlich erst mal mit. Sieg natürlich noch wichtiger gewesen, am Ende vielleicht sogar irgendwie auch was noch möglich gewesen. Vielleicht mit ein bisschen mehr Gier noch mehr möglich gewesen in Frankfurt. Frankfurt auch nicht besonders gut drauf gewesen, sind sie gerade ja sowieso nicht so. Aber grundsätzlich nimmt man es mit in Frankfurt. Verdienter Punkt, ordentliche Leistung. Machen wir weiter. Bockstarke Abwehr, weil die war auch mit der Hauptgrund für diesen Punkt in Frankfurt. Gerade die Innenverteidigung war einfach bockstark. So Ausverteidiger, so ist der Anton. Waren auch okay dabei, auch Anton defensiv ganz okay dabei, aber wirklich herausgestochen sind die Innenverteidiger. Ito war stark, oft stark für mich mit einem meiner Lieblingsspieler beim VfB. Mafropanos an dem Tag sogar noch besser fand ich. Wichtige Grätschen gehabt, auch nach vorne verteidigt, antizipiert. Sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und eben am Ende nochmal so beispielhaft, oder als perfektes Beispiel am Ende diese Szene. Kurz vor Schluss gegen Kolomuani, wo den Ball der Weltklasse noch quasi vor dem Bauch, vor der Brust von Kolomuani mit dem Fuß wegspitzelt, ohne einen Foul und einen Elfmeter zu kreieren für Frankfurt. Einfach grandiose Aktion und eine bockstarke defensive Leistung in Frankfurt. Genau, noch ein Ende und so Kollegen dazu. Das war schon sehr ordentlich. Was passiert im Sturm? Das ist jetzt die große Frage, weil meinem Wunsch so ein bisschen, meiner Aufstellung wurde ja mehr oder minder entsprochen, oder vorne auf jeden Fall entsprochen. Tomasch und Perea drin, dazu auch ein Diaz, der ja oft startet und dann immer eigentlich ausgewechselt wird irgendwann später in der zweiten Halbzeit. Und diesmal wurden alle drei in der 63. Minute ausgewechselt. Der gesamte Dreiersturm, unser gesamter Angriff wurde ausgetauscht. Danach kamen die eigentlich in der Startelf üblichen aktuell Silas und Führig rein. Und Kudibali, der auch gerade üblich ist, dass er eingewechselt wird. Selber mit Mio, der kommt da meistens noch einen Ticken eher Richtung Abpfiff, dann noch ein bisschen später. Und da stellt jetzt die Frage auf, was macht er vorne gegen Wolfsburg? Weil es haben bei Merlermünder alle da vorne mal Startelf geschnuppert. Gerasi wird ja nicht zurück sein gegen Wolfsburg oder vielleicht maximal auf der Bank sitzt, wenn wir ein bisschen Glück haben. Eher nachträglich in der Spielpause. Deswegen, mal gucken. Er hat ja jetzt quasi schon zwei verschiedene Dreierreihen ausprobiert in der Startelf. Mal gucken, was er macht gegen Wolfsburg. Punkte zur Rettung. Weil da habe ich vor dem Spieltag einen Beitrag gesehen bei Sky Sport auf Instagram. Seit der Wiedereinführung der Relegation zu 8 zu 9 waren es im Schnitt 33,3 Punkte, die man für den Klassen halt gebraucht hat. Letzte Saison waren es ja auch genau die 33 bei uns. Punktgleich mit der Hertha. Und eben wegen besserem Torfälle sind wir auf 15, Hertha auf 16. Das wären jetzt aktuell noch mindestens 13 Punkte. Stehen ja gerade auf 20, Hoffenheim auf 19, dann noch Hertha 21 und Bochum 22. Aber für uns für den VfB werden es noch mindestens 13 Punkte aus noch 10 Spielen. Wird also spannend zu sehen, wie viele Punkte es diese Saison braucht. Ob es die 33 braucht, ob es mehr werden oder ob es vielleicht sogar weniger werden. Einfach viele auf dem recht niedrigen Punktenniveau bisher abliefern. Wer rutscht mit runter? Weil zum Frankfurt-Spiel gibt es für mich nicht mehr groß viel mehr zu sagen. Deswegen auch mal da der Blick drauf. Klar, es sind einige, einige Punkte dazwischen. Zwischen den Teams, die ich hier auch mal mit aufzähle. Aber man kann ja auch mal gucken, wer könnte denn noch, 10 Spiele haben wir noch, wer könnte noch mit runter reinrutschen? Gladbach ist sehr weit weg, ich weiß. Aber da läuft es ja eigentlich auch überhaupt nicht die Saison. Bremen ist auf Ostaufsteiger immer so ein bisschen im Gespräch mit drin, aber auch ordentlich Abstand. Augsburg ist halt das Ding, die holen halt ständig ihre Heimsiege, ihre 1-0-Heimsiege oder sowas, 2-1-Heimsiege, wie auch immer. Sonst wären die auch ein Thema, aber sind sie es wahrscheinlich wie die letzten Jahrhunderte halt einfach wieder nicht. Vor allem, worauf man gucken sollte, ist glaube ich der 1. FC Köln. Niederlage gegen Bochum, das tut weh. Ist auch nicht nötig aus Kölner Sicht, auch für uns scheiße gewesen da unten. Nun sind es halt vier Niederlagen am Stück, also angefangen glaube ich mit unserem Sieg gegen Köln zu Hause. Vier Niederlagen am Stück, ohne eigenes Tor. Vielleicht tut sich da was, ne? Wäre nicht schlecht, wenn noch irgendwie noch wer anders da unten mit reinrutscht. Dann lasst mir gerne eure Meinung zu den Stichpunkten in den Kommentaren da. Ihr wisst, die Woche kommen noch einige Videos und am Samstag geht es dann gegen Voicebook-Sauber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.